Die Verteidigung von Hikmatullah S., der im September in Favoriten seine kleine Schwester Bakhti erstochen hat, gestaltet sich zunehmend schwierig. Mit Nikolaus Rast übernimmt jetzt der vierte prominente Anwalt das Mandat. Er löst die Wiener Star-Anwältin Liane Hirschsprich ab, die als Verfahrenshelferin eingesetzt war. Zuvor schon geben mit Manfred Abacher Stöger und Astrid Wagner zwei prominente Verteidiger den Fall ab. Der Bruder des Verdächtigen soll Liane Hirschsprich rausgeekelt und stattdessen Nikolaus Rast angeheuert haben. Mit weitreichenden Konsequenzen. Denn Liane Hirschsprich vertritt auch die Mutter des Verdächtigen. Es geht um die Obsorge für die vier verbliebenen Kinder, drei Buben im Alter zwischen zwei und sieben Jahren, sowie ein schulpflichtiges Mädchen. Offensichtlich planen die Behörden den Eltern die Obsorge zu entziehen. Sie gehen davon aus, dass der Ehrenmord an Bakhti auf das familiäre Umfeld zurückzuführen ist. Das Mädchen wurde getötet, weil sie nach westlichem Vorbild leben wollte. Am Mittwoch soll dann die Entscheidung fallen, ob die MA11 den Afghanen, das Mädchen und die drei Buben abnehmen wird. Was auf jeden Fall schon mal negativ auffällt, sind die Altersangaben der Familie. So wurde das Alter der Getöteten mit 14 angegeben, die Obduktion aber ergab, dass Bakhti mindestens 17 Jahre alt war. Manipuliert wurde auch beim Alter des mutmaßlichen Täters, für den die Unschuldsvermutung gilt. Hikmatullah S. ist nicht erst 18 Jahre alt. Laut medizinischem Gutachten anhand von Röntgenaufnahmen steht fest, dass der U-Häftling mindestens 21 Jahre und drei Monate alt ist. Damit wird er nach Erwachsenenstrafrecht abgeurteilt. Ihm droht somit eine lebenslange Haftstrafe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017